Wir befinden uns im Rügener Weg 12, um genau zu sein, im Stadion des TSV Wolfsburg. Dort ist eine Menge los. Menschen, die für einen guten Zweck ehrenamtliche Hilfe leisten. Sie wollen Kindern mit Behinderung einen besonderen Tag ermöglichen. Menschen wie Frank Jödecke, dem ersten Vorsitzenden und Gründer des Vereins Hand in Hand für Kinder der Region e.V. Der Verein hat sich deshalb Sponsoren wie Beestitch, LSW und Holab im Pommernring Gifhorn gesucht, die unter anderem die Trikots und Shirts für dieses Event zur Verfügung stellen. Im Hintergrund laufen bereits die Vorbereitungen für den Nachmittag, an dem es auch ein Benefizkonzert geben soll, erklärt uns Frank. Hand in Hand für Kinder der Region ist ein Verein, der sich gegründet hat für, oder wir unterstützen krebskranke Kinder, Kinder mit Behinderung und hilfsbedürftige Kinder aus der Region. Unsere Veranstaltung wird einmal im Jahr eine große stattfinden, immer an einem anderen Ort. Letztes Jahr war es in Gifhorn im November, jetzt in Wolfsburg. Mal gucken, wo wir nächstes Jahr dann sind. Da geht die Planung dann hier nach los. Wir unterstützen Kinder mit Behinderung, hilfsbedürftige Kinder, krebskranke Kinder von verschiedensten Organisationen, die wir uns vorher immer raussuchen, weil wir darauf hinweisen wollen, mit dem Event, jedes Event kriegt einen anderen Namen. Das erste Event hieß Ein Tag, ein Ziel für krebskranke Kinder, das ging 24 Stunden. Das Event heißt jetzt Hand in Hand, ein Sommertag für Respekt. Wir wollen dann darauf hinweisen, damit, dass Kinder mit Behinderung genauso aufgenommen werden sollten oder überhaupt Menschen mit Behinderung wie jeder andere auch. Die wollen nicht anders behandelt werden, die wollen aber auch nicht, dass man auf sie herabguckt, sondern man soll sie halt gleich behandeln. Darauf wollen wir halt hinweisen und da möchten wir mit unseren Aktionen darauf hinweisen und auch unterstützen, indem wir den Kindern, diesmal geben wir auch kein Geld ab, sondern wir machen halt einen schönen Ausflug mit den Kindern. Umso mehr zusammenkommt, umso weiter geht es. Und umso größer wird der Ausflug. Neben Konzert und Benefizturnier hat dieses Event noch viel mehr zu bieten. Eine Hüpfburg für Kinder, Stände von Helden für Herzen e.V. und den Star Wars Fans Hannover The Northern Outpost. Und eine große Tombola, die aus der Region gespendete Gewinne verlost. Eines steht fest, es ist eine großartige Zusammenarbeit zwischen Hand in Hand für Kinder der Region, Helden für Herzen, den Star Wars Fans Hannover und nicht zuletzt auch dem TSV Wolfsburg. Gemeinsam ist alles möglich. Ab 18 Uhr wird es laut. Beim Benefizkonzert lassen die Künstler DJ D. Kane, Lee & Son, Footprints on Mars, Enemy Jack, Leon Lestrange und Be Tide ordentlich Stimmung aufkommen. Der komplette Erlös aus Tombola und Eintritt wird dazu genutzt, den Kindern mit Behinderung vom Familienservice Wolfsburg e.V. diesen Tag unvergesslich zu machen. Aber fragen wir die Besucher doch selbst, wie sie das Event finden. Ich finde die Veranstaltung ganz gut. Dazu gekommen bin ich durch meinen Bruder. Ich mache das eigentlich auch gerne. Ist ja für einen guten Zweck. Eine super Sache. Ich mache ja schon bei Kitten für Kids mit. Die Veranstaltung, die ganz bitter ist. Dort hat es mir super gefallen. Hier gefällt es mir genauso gut. Die Helfer hier geben alles, um die Welt ein wenig besser zu machen. Ganz nach dem Motto, you only need a heart to be a superhero. Sie wollen neue Maßstäbe setzen. Niemanden alleine lassen. Ganz gleich, ob die Kinder eine Behinderung haben, krank sind oder anderweitig hilfsbedürftig. Im Herzen sind alle gleich. Das ist das, wofür sich der Verein Hand in Hand für Kinder der Region einsetzt. Alle Menschen, die hier waren, ganz gleich auch Besucher oder Helfer, leisten ihren Beitrag dazu. Eins ist gewiss. Nur gemeinsam können wir ein Zeichen setzen. Und das kannst du auch. Werde ehrenamtlich aktiv. Informiere dich über Vereine in deiner Region, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Du wirst sehen, dass es dich glücklich macht, wenn du andere glücklich machst. Und das erst recht, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Daher der Name der Veranstaltung. Hand in Hand. Ein Sommertag für Respekt. Und diesem Event gebührt Respekt.